na dann prost liebe freunde willkommen bei freytalk jetzt wird es verrückt werden sie denken wir am frühen vormittag und ja das muss jetzt so sein moment da fehlt noch was die brezen gehören natürlich auch dazu ja und eigentlich auch die gebratene schweinshaxe mit sauerkraut okay das ist leider im sendebudget nicht enthalten und es wäre glaube ich auch jetzt nicht ganz fair ihnen gegenüber wenn ich hier eine schweinshaxe hätte auffahren lassen aber die idee war schon mal nicht schlecht und jetzt wissen sie auch eigentlich bescheid welches thema heute im mittelpunkt steht richtig das oktoberfest ja wieso eigentlich oktoberfest wir haben doch erst september das ganze hat geschichtliche gründe das erste oktoberfest im jahre 1810 fand zu ehren der hochzeit des bayerischen kronprinzen ludwig mit prinzessin therese von sachsen hilfburghausen statt die feierlichkeiten begannen am 12 oktober 1810 und endeten am 17 oktober mit einem fördern in den folgenden jahren wurde das fest wiederholt später dann verlängert und zeitlich vorverlegt dabei spielt natürlich auch das bessere wetter im september eine große rolle die nächte sind wärmer und so lässt es sich auch in den gartenbereichen der zelte und beim flanieren über die wiesen länger aushalten ohne frösteln das letzte oktoberfest wochenende liegt aber auch heute noch im oktober tja soweit zum original aber auch auf der modellbahn lässt sich ja ein oktoberfest allerdings dann in etwas kleineren umfang nachgestalten wobei das auch wiederum nicht ganz richtig ist denn faller zum beispiel hat mit seiner modellserie kirmes und die ist relativ groß viele modellbahner zu fans dieser außergewöhnlichen serie gemacht wie sie ja hier in diesem kleinen beispiel sehen können ja und nicht zu vergessen die beeindruckenden kirmesecke im miwula hamburg da kann man schon was draus machen und gestalten ja aber wieder zurück zu unserer kleinen kirmes oder oktoberfest für sie liebe freunde sie alle kennen ja den gassenhauer in münchen steht ein hofbräuhaus 1x2xuffa ok dann kurz prost und da mache ich ihnen ein angebot nein nicht das hofbräuhaus etwas kleiner es kommt von faller ein haus wo es sich vortrefflich feiern lässt das gasthaus linde da gibt es dann sicherlich auch die schweinshaxe das gasthaus linde ist in fachwerkbauweise ausgeführt und besitzt ein gemauertes untergeschoss und einen seitlich angebauten überdachten treppeneingang auf der rückseite befindet sich das mührrad das mit einem motor der liegt natürlich nicht bei mit artikelnummer 180 629 angetrieben werden kann dieser bausatz enthält 325 einzelteile in neun farben eine fensterfolie gardinenmaske und eine bauanleitung und die maße sind 195 x 152 x 141 mm und das bieten wir zum angebotspreis von 32,49 euro an auch von faller ein etwas kleineres aber feines gasthaus es ist das gasthaus kupfer und es ist ein laser cut modell des historischen niedersächsischen gasthofs kupfer ins stolberg im südharz die fassadenteile des zweigeschossigen fachwerk gebäudes sind mit ornamenten der fachwerk renaissance digital bedruckt also ein sehr wunderschönes modell auch hier die maße 101 x 107 x 113 mm also schon etwas kleiner als das eben gezeigte gasthaus linde und hier unser angebotspreis ab 55,99 euro ja und als dritten im bunde habe ich für sie das gasthaus krone von busch es ist ebenfalls ein laser cut bausatz für ein uriges ländliches gasthaus mit schön ziselierten und realistisch gebogenem holzfachwerk und putz gefachen die eingangstür ist aus echtem holz einzelteile sind fertig koloriert die maße gasthaus 112 x 82 x 99 mm und der anbau 60 x 47 x 41 mm zum angebotspreis bei uns ab 48 euro und 90 cent ja meistens sind ja an gasthöfen größere außenbereiche vorhanden die gestaltet werden können auch dafür kann ich ihnen ein paar angebote unterbreiten da wäre ein uriger biergarten von busch es ist ein reichhaltig ausgestatteter bausatz eines biergartens mit umzäunung zwei verkaufs buden vier großen schirmen 14 tischen und 28 bänken sowie vier lampen die sind allerdings unbeleuchtet und ein großer mast mit werbeschild ist ebenso enthalten wie zwei grills eine zapfanlage maßkrüge und ein ausschneidebogen mit bayerischen tischdecken werbeschildern und so weiter liegen ebenfalls der packung bei die maße sind circa 160 x 160 mm und das bieten wir zum angebotspreis ab 24 euro und 80 cent an oder ebenfalls von busch ein bausatz eines hübschen kleineren garten lokals bestehend aus ausschrank häuschen mit zapfanlage und werbebedruckung bekannter biermarken wie felddienst und garter dabei ein bierfass smoker heizpilz brauerei garnituren mit tischen und bänken sowie bierkästen und flaschen in verschiedenen farben und das für nur 24 euro 29 wenn es noch ein paar tisch garnituren dazu sein sollten macht faller das passende angebot mit der fünf biertisch garnitur zur gestaltung eines biergartens passt aber auch zu anderen biergärten als ergänzung zum preis von 3 euro 15 und nun mit dem figuren set sitzende von noch können sie gleich noch die passenden biergartengäste dazu erwerben und die bekommen sie bei uns ab 9 euro 99 mit dem biergarten mit zubehör von vollmer mache ich ihnen heute das letzte angebot dazu der bausatz ist mit reichhaltigen zubehör wie schirme tische und bänke bierfässer und vielen weiteren details zur ausgestaltung die maße zaun sind 125 x 125 x 125 mm das gebäude 78 x 70 x 40 mm zum angebotspreis von 16 euro 58 weiter geht es mit einer sommernachtsparty von busch einem hübschen detail für garten an wohnhäusern in dem bausatz sind lichterkette mit zwölf bunten mini leuchtdioden zwei holzmasten vier bänke und zwei tischen enthalten und das ganze zum preis von nur 19 euro und 50 cent mit einer gartenparty von noch gibt es ein weiteres angebot was man durchaus mit dem eben gemachten angebot kombinieren kann dieses set bestehend aus figuren und unterstand der unterstand ist ein hochwertiges laser cut modell fix und fertig aufgebaut und dieses set biete ich ihnen heute für 20 euro und 10 cent an der bausatz pensionstern von auhagen lässt sich ebenfalls mit kleinen gartenparty szenen kombinieren der bausatz ist mit überdachter terrasse als kaffeegarten sowie tische und stühle und sonnenschirme ausgestattet maße 175 x 105 x 130 mm zu haben bei uns für 34 euro und drei cent wer kennt ihn nicht den alten schlager jetzt trinkt man noch ein flascher wein der kann mit der besenwirtschaft von faller das dann das öfters an seiner anlage singen der modellbausatz für eine urige besenwirtschaft in einer ehemaligen ja und zum teil gemauerten holzscheune mit großen toren und fenstern sowie zahlreichen ausgestaltungselementen wie biertisch garnituren sonnenschirme und werbetafeln liegen dem modell ebenfalls bei dieser bausatz enthält 171 einzelteile in acht farben eine gardienmaske und natürlich auch eine bauanleitung und die maße dieses modells sind 160 x 96 x 100 mm zum preis von 32 euro und 99 cent zu haben ja für bewegung auf der anlage sorgt fiesmann mit der serie emotion bewegte welt und passend zum thema kann ich ihnen die biertrinker mit dem bewegten arm empfehlen inhalt der packung zwei biertrinkende männer die sich zu prosten mit unterflurantrieb und die einbautiefe beträgt 39 mm und das ganze zu einem preis ab 51 euro 67 da prosten auch die männer bald auf ihrer anlage ein bisschen größer als die schweinshaxe ist aus der gleichen serie von fiesmann ein grill mit drehendem ochsen und leuchtender glut zu haben passt auch in einen biergarten und das ganze für 59 euro und 84 cent und auch da dreht dieser versierte koch auch auf ihrer anlage mit biergarten den ochsen mit sicherheit ja und weiterhin habe ich da noch ein stilles örtchen für sie ebenfalls von fiesmann das funktionsmodell mobiles toilettenhäuschen mit bewegter tür und einer bauarbeiterfigur geeignet zum beispiel für baustellen oder open-air konzerte die tür wird durch einen elektrischen unterflurantrieb geöffnet und geschlossen zum beispiel ausgelöst durch einen vorbeifahrenen zug habe ich mal gesehen ein bautiefe 42 mm und der tipp das soundmodul artikel 55 61 sorgt für die passenden geräusche dazu ja und das stille örtchen bekommen sie dann bei uns zum preis ab 49 euro und 94 cent und mein letztes angebot für heute ist ein soundmodul schlechte manieren von fiesmann mit dem können sie eben die schlechten manieren akustisch darstellen wie zum beispiel hülpsen nach reichlich fetten essen oder auch pupsen ja ich versichere ihnen es ist wirklich nur ein soundmodul das stationäre soundmodul ergänzt die szenen der bewegten welten um die passenden geräusche ja und das soundmodul verfügt über einen internen lautsprecher und einen anschluss für einen externen lautsprecher passend zu den klogeschichten artikel 1500 artikel 15 45 der man muss mal artikel 15 47 oder den biertrinkern artikel 15 25 das modul gibt die beiden geräusche im wechsel wieder und noch mal eine preis empfehlung zu diesem soundmodul ab 37 euro und 99 cent bei uns zu haben so und damit bin ich für heute am ende meiner freitalk sendung angekommen ich hoffe dass ich ihnen mit meinem thema oktoberfest für heute ein paar anregungen geben konnte und für sie auch das passende dabei war ja und wenn nicht können sie auch weiter auf den seiten von extrem 24 stöbern oder sie abonnieren einfach unseren newsletter damit sie immer bestens informiert sind denn mit unserem newsletter sitzen sie nicht nur in der ersten reihe sondern erfahren auch immer als erstes die aktuellen angebote dabei sein ist eben alles in diesem sinne hoch die hände wochenende ran an die modellbahn wir sehen uns wieder zum nächsten mal auf gleicher welle und kanal bis dahin machen sie es gut oder besser gesagt prost ihr frank puttich bis bene aber auch ich ich Untertitelung des ZDF, 2020